Eine Erinnerung. Wenn ich hier gestanden bin, dann wurde ich meistens etwas schwarz. Weil vorne war die Rauchkommandeur und da kam der Rauch und raus raus. Und die Frau hat immer gedacht, was ist denn das für ein schwarzer Kerl, der da rumläuft. Und somit musste ich nach auswärts und auch eine Frau suchen. Aber das hat geklappt. Und das hat, ja, genau.